Am 20. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga besiegen die Straubing Tigers vor 4.253 Zuschauern in ERC Ingolstadt mit 7 zu 2. Bei uns zu Gast, zu meiner Linken, Gästetrainer Doug Schenden, zu meiner Rechten, unser Coach Van Vogel. Wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Schenden, wir bitten Sie um Ihr Statement. Ich denke, es ist sehr offensichtlich, dass unser Team hat eine bessere Thanksgiving-Dinner letzte Woche als Straubing. Congratulations Tom. Great game, well played. Ich habe nicht gesehen, unser Team hat nicht gespielt wie das ganze Jahr. Es ist ein bisschen zufrieden. Ich habe keine Worte. Ich werde jetzt auf die Busse und ein paar Dinge sehen. Ich bin froh, dass wir nicht wieder zurückkommen müssen. Wir werden nicht gut behandeln. Danke. Vielen Dank. Gästetrainer Doug Schenden sagte, er ist schon ein bisschen überrascht, wie es heute hier gelaufen ist. Straubing gratuliert zum Sieg. Die Tigers haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Insbesondere Stefan Neubel hat dreimal getroffen. Und ihm wählen momentan auch so ein bisschen die Worte. Er sagte, jetzt geht es erstmal nach Hause zu fahren und sich zu sammeln. Und dann den Sonntag in Angriff zu nehmen. Und jetzt Tom Bockel, bitte mit seinem Statement. Danke schön. Guten Abend zusammen. Danke, Doug. Ich wünsche mir ein großer Lob an die Jungs. Sie haben hier vorhin gekämpft. Es gibt viele Spiele oder beziehungsweise Themen, was man ansprechen kann für den Volk heute Abend. Ich denke, super Job bei Birdie. Auch Leubel mit dem Hattrick. Great penalty killing, shot blocking von Sandro, Conley und so weiter. Und ich denke, das ist im Großen und Ganzen, das ganze Team. Sehr gut gespielt. Es ist eine sehr angriffsstarke Mannschaft von Ingolstein. Und die Conley-Reihe hat die Collins-Reihe sehr gut neutralisiert. Ich denke, sehr wichtig war auch, dass wir haben 17 Schüsse blockiert. Und wir waren sehr interessiert und wichtig in den Zweikämpfen. Beziehungsweise heute haben 34 Checks geliefert und gegeben. Derby in der Stimmung. Derby-Fieber. Und ich denke, die Jungs haben einen hervorragenden Job heute Abend gemacht. Und quer durch die Reihe von A bis Z und von oben bis unten. Die Jungs waren richtig busy und ehrgeizig heute Abend. Und ja, deswegen ein glücklicher Sieg. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Spiel für die Mannschaft mit der Torbefreiung. Und ich denke, dass auch in zwei Mannschaften sehr viel Trashtalk und Derby und so weiter. Und ich denke, dass Senne hat auch in unserer Mannschaft sehr viel Schwung und Energie gegeben in der Schläger-Reihe. So, ja. Wir können nur positiv und nur loben die ganze Mannschaft. Alle für Ryan. Unser Ryan mit Brandl Siegler und Ruck hat zwei Tore geschafft heute Abend für uns. Und alle haben ihren Job gemacht. Danke schön. Vielen Dank, Tom Vogel. Gibt es Fragen der anwesenden Presse- und Medienvertreter? Okay, das ist nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen noch die Zwischenstände oder wenn Sie wollen...